Ich bin der Martin. Ich bin der Schold. Und wir spielen heute, Moment, bevor es losgeht, danke einem Menü 13 für die Anmerkung, dass das Studio hier ja zu ungemütlich ist. Was spielen wir heute? Firewatch. Richtig. Ein super cooles Spiel von Campo Santo, einem Entwicklerstudio aus San Francisco. Ich lade hier einen Speicherstand, der nicht so viel verrät. Also du hast schon gespielt? Ich habe schon gespielt. Ein bisschen durfte ich schon spielen. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten zur Vorgeschichte, weil die ist sehr berührend und gibt schon einen Blick, warum man überhaupt hier ist. Ich will nur so viel sagen, wenn man jung ist, glaubt man, dass das Leben wunderschön sein wird. Wenn man alt ist, weiß man, dass es nicht immer so sein wird. Das ist so negativ. Jedenfalls sind wir Mitte 40 in dem Fall und heißen Henry. Wir möchten leben. Und haben, um einen Schlussstrich mit dem vorherigen Leben zu machen oder vielleicht einfach nur ein bisschen Auszeit zu nehmen, einen Job angenommen als Feuerwache in Wyoming im Nationalpark. 1989. Ein Jahr, nachdem ich geboren wurde. Ja, kann man auch sagen. Und nachdem es furchtbare Waldbrände gab im Yellowstone Park. Und das ist unser kleiner Watchtower, den wir zum ersten Mal betreten werden. Schauen wir mal, was passiert, würde ich sagen. Es ist wunderschön. Das Spiel ist generell in der Optik, oder? Ja, ja, in der Optik schon. Können wir uns ein bisschen anschauen. So, ein bisschen gezeichnet. 3D. Ziemlich open world. Ich würde sagen, wir kommentieren jetzt vielleicht nicht so viel für dieses Intro. Das ist unsere Dispatcherin. Dispatcherin? 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 Delilah? Das ist unser einziger Kontakt zur Außenwelt. Okay. Willst du mal wussten? Ich kann auswählen, was ich antworte. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Come on, Stinkum. Look, I just hiked for two days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then, can I, what, sleep? Forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, um, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids by the sound of your voice at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly instead? Fair enough. I'm going now. Just a second. Now it's my turn. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you, but nine times out of ten folks out here simply got dumped. Is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Sympathisch? So geht's, man hat immer wieder so diese Konversation und kann immer entscheiden, was man antwortet und dadurch entwickelt sich auch diese Beziehung zwischen den beiden. Cool. Sehr humorvoll geschrieben. Die Ladezeit hier oben. Ja. Sympathisch ist sehr schön gemacht und es ist in mehrere Tage aufgeteilt. Es ist ein Indie-Game, dauert ein paar Stunden, um es durchzuspielen. Okay. Deswegen werden wir heute nur einen Tag zeigen. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see what you're to ask, so call me when you're ready. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6.45. Oops. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. It's okay. This is the Osborne Firefinder. Invented in 1914 by W.B. Osborne. You used this to spot, you guessed it, fi... What the fuck? What is it? Nothing. Um, you, uh, you used this to... Oh, fuck me! Good God, language lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? What are those fucking... fireworks? Westen? We're seeing them in the composting. Yeah, 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 yeah. No? So, here, Westen. I need you to confirm, do you see them? Do you see them? Oh, is it. Yeah. Good, no? Seriously, are you seeing this? Ah, maybe you're seeing anything. Yeah. Whoa, that's not legal, right? Uh, no. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like two days away. Go down there and set them straight. No, 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 Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. Alright, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Yeah. Passt. Dann suchen wir mal das Seil. Die Box. Genau. Gibt's ja entspannt. Sound gibt's auch sonst keinen, oder? Also irgendwie jetzt 10 Sekunden oder so. Nur so Waldgeräusche. Wingsche. Ja. Read Map. Es gibt kein Abi. Ist ganz schön groß. Eigentlich. Okay. Cache 306. Da vorne. Oben ist Norden. Westen. Da werden wir uns irgendwie orientieren können, oder? Kann auch laufen. Und dann. Ich finde auch schön, wenn die Arme bewegt. Ja. Ein Holzfäller. Immer einmal da runter. Da geht's nicht mehr als auch. Wenig Tiere. Na ja, was hast du erwartet? Tiere. Die laufen noch weg von hier. Wieso? Ist das unsere Box? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich schon, oder? Steht wahrscheinlich drauf, ob das unsere Box ist. Ja. I found the supply box. Great. Schlüssel? Anyone? Nein, dafür gibt's ja den Code. 1, 2, 3, 4. Wird schlecht. Ist das wirklich? Ja. Secure. Shut up. Neb. Entschuldigung. Ah, okay. Du hast schlecht gemalt. Ja. Mal was hinterlassen. Hey, Mann. Mhm. Fangen wir auf das Bars, die du magst. Klingt gut. Fokuriegel. Fokuriegel. Lassen wir das doch fallen. So, brauchen wir nichts. Wie ein Riegel. Willst du ein Riegel? Ja. Granola Bar. Müsli Riegel. Drop, examine, hold to eat. Examen. Examen. Nicht jetzt essen. Brauchen wir da noch vielleicht? Ja, vielleicht ist es auch abgelaufen. Kirsche Mandeln. Finde ich gut. Ich bin natürlich nicht drauf. Sollen wir ihn essen? Ist ihm. Frühstück. Das war's? Ja. Good show. So, nehmen wir das Seil. Neues Ziel angezeigt. Na bitte ein Vogel, wenigstens irgendwas. Ich wollte jetzt Bescheid geben, aber geht nicht. Ist ja egal, glaube ich. Ob es eine Karte ist, das Ziel jetzt eingezeichnet? Richtig. Ich glaube wir haben es eingezeichnet. Kompass. Karte. Reinsumen? Nicht. Was machst du denn? Ja, das ist ein bisschen fummelig. Was hast du gesagt? Ist es beim Lake? Am besten war es doch, oder? Lake Trail. Ja, ich glaube wir müssen runter zum See. Passt den. Ja, der hat ein See im Hintergrund. Die Fireworks? Ja. Kurz die Hosen. Riesiger Holzfäller-Bursche. Haben wir es schon. Ein bisschen vom Journey. So rein optisch. Ja. So rein optisch. Was ist das eh erwähnt? Rope. Hm. Kann man nicht sterben? Hä? Ne? Lass uns überraschen. Auf jeden Fall. Also rein vom Körper sieht er aus wie ein Kind. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ja, so ein starker Mann. So ein bäriger Mann. Kleiner Digger quasi. Oder groß. Hulk. Jering? Ja. Vorgeschichte. Mhm. 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 Report climbing accident. Machen wir doch gleich. Au. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did ya? No. I think I'll make it. We'll be careful for Christ's sake. Super ist das. Ich find die super, ja. Waldspaziergang. Wenigstens virtuell ging es noch weiter runter. Ich glaub, da müssen wir aber nichts hin. Garte? Oder überhaupt? Ja, wir müssen da rechts entlang. Na dann. Vielleicht können wir nachher da hin. Schau, da gibt's Tiere. Endlich. Keine Bären. Vögel. Aber es ist doch irgendwie realistisch, dass nicht alles voll mit Tieren ist. So bei Far Cry zum Beispiel. Ja, aber einer halt irgendwie. Ein Bär, ein Fuchs, ein irgendwas für sich. Reporten. Wieder. Nice camping spot. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake Area is perfect. Hm. Was liegt denn da rechts? In der Box, oder? Rechts sind Rucksäcke, glaub ich, und da ist ein Feuer. Plündern. Ist das noch lang? Ist das vorher? Ich mein, die Rucksäcke plüsen. Ausgemacht. Schöne. Kann man das auch noch? Ist das vom Bad, hast du schon drin? Äh, ja, aber man kann es noch noch reporten. Jetzt mal, wenn sie es... Ah, wo die Tocke dabei ist. Mann, ich würde diesen Forest Fire auch etwas gut nennen. Hey, ich kann es immer wieder starten. Äh, nein. Ich denke, dein erstes Instinkt war der richtige. 1. Confiscate. Machen wir doch, oder? Verboten. Für später. Bierkern. Das Bier kannst du auch mitnehmen. Ist alles reporten, gell? Clean-up. Ist halt auch leer los. Anscheinend, ja? Trauriges Spiel hier. Leere Bierdosen. Uh. Zum nackt baden wir gern. Oh, was ist das, wenn sie nackt sind? Wollt das nicht so spannend? Sie sind natürlich noch da, also sag ihnen auf und dann gehen sie auf. Die kann man nicht, äh, konfiskaten, die Kleider? Tja. Andere Art von Spiel. Bist du aufgeregt? Bisschen. Oh. A bra. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Professional. Uh, there are, uh, panties. Exempel. There are what? Hmm. I don't want to say that word again. Why? Cause you're 12? Was machst du so? Ich gehe in den Wald spazieren und schaue mir Unterwäsche an. Im Land okay. There's, uh, oh. Yes? There are two naked ladies out here. There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone else. You know. Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue off the ground and do your job. Okay. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Boombox. Cool stereo! Whoa, hey! Put that down! Getrunkener Teenager. Fucking cool it with the fireworks! Please just put it down! We won't lie it anymore! This guy's crazy, Chelsea. Ha! You probably have a tiny dick! Chelsea? Chelsea? It's my boot box! Can we go? Let's just run to the others inside of the lake or something! Yeah, totally! You're gross! You're just some sad man out in the woods! Okay. We're done. Job done or what? Find a way back! Two forks look up! A nice place here. A little bit like a... Spachler. Yeah, creepy old dude in the woods. It went fine. It's done. I hope they drown. I hope they drown. Yow! I don't think anyone would mourn a couple of future arsonists. Just gonna go ahead and not log that as a threat. Thanks. But seriously though. Thanks for dealing with it. Thank you. Sender umschalten. Can you do that? Ah, yeah. Hey, there's a trail to two forks tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. I don't know. Hmm. Look at this story here. Magst du zurückgehen? Wie zurückgehen? Ja, gib mir das. Lass mich zurückspazieren. Im Wald. Du läufst mit dem Stick gedrückt. Dankeschön. I know the basics. Okay. Ich sag nichts mehr. Kann ich helfen auch? Was? Nein, kannst du nicht. Okay. Zoomen. Rush da durch. In dem echten Leben. In dem echten Leben. In dem echten Leben. Nichts zu verlieren. Ich kann also hier. Okay. Okay. Das ist die Karte dann. Nein. Rauf geht's her. Genau. Verstehe. Und wir müssen ganz nach rechts zum Lookout. Okay. Machen wir das doch. Also sprich, ganze Geschichte macht ihr von alleine hier. Ja. Genau, ja. Ich nehme an, da muss da rechts drauf. Mach das doch, wenn du das sagst. Red mich an. Mein lieber denge Kompass. Ja. Ich bin der Nabi. Also, ich habe ein bisschen eine Konfession zu machen. Oh je. Äh, L2. Was ist das? Ähm, schau, ich war, ich war letzte Nacht, als ich dich zum Job. Ja, naja, du bist nicht der erste Boss, das zu sein. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich kann ein bisschen pushy. Ich weiß, ich kann dich auf den Platz auf. Ähm, warum du hier bist und was. Und du denkst, dass es eine gute Idee wäre, um deine, ähm, 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 ähm. Ich bin der, ähm, 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 ä Ich versuche nicht zu verraten. Ich versuche nicht zu verraten. Ich versuche nicht zu verraten. Ich bin 9 Jahre alt. Also bin ich sicher. Es wird nicht mehrmals aufgerissen. Es gab einen alten Schauspieler, der sich bei der Schauspieler hat sie 7 mal verraten. Ich mag das nicht. Ja, wenn du dich fühlst, dann war es nicht das, was ihn zu verraten. Was hat ihn zu verraten? Das ist ein Verraten. Ich versuche nicht zu verraten. Würdest du glauben? Oh je. Kannst du mich raten? Du hast gut aufgepasst. Wahnsinn. Bitte noch ein Müsli-Riegel. Map. Perfekt. Das ist gut gemacht, würde ich sagen. Mh. Defend. Was ist das für ein Schädel? pressed. Letzt. Oh, du kannst ihn nicht nehmen. Entschuldigung. Okay. Wo? Was kannst du noch reporten? Reporten? Ja Hm, dann Kannst du nichts damit machen, oder? Ne, überhaupt Boah, ich seh mal noch So machen sie es nicht mehr? Nein, darüber haben sie sich keine Gedanken gemacht Was ist in dieser Kaffee hier? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, ich habe es nicht nennen Aber in der Kaffee? Ich weiß nicht, Rocken? NFS sagt den Leuten nicht zu weit gehen Es ist ziemlich gefährlich Also... So, ich sage Fuck it You're a grown man You can go where you want Great Used to go caving with someone back in Colorado She loved it Might be great to explore it sometime this summer That could be fun Obviously, be very careful Hallo 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 Okay It looks like the path leads through the cave Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there This cave is gated off It's to stop Spelunkers from dying without getting the keys from the forest service office first Hm Makes sense Although, Debbie says she lost him like 3 years ago So, pfff Maybe it's mysteries are locked away for good Ah, damn Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in We can go back Oh, this one is so close to home and convenient though Oh, sorry Hank Oh, thank you We have the O, do I have the O, do I have the O? Mm, no Incoming Let's go to the O Hmm.. light There's some guy out here giving me the creeps Die Creeps? Ja, ja. Warte, er schaut dich an? Er macht nichts anderes? Ich denke nicht so. Henry, es ist etwas... etwas, was jemand dir gesagt hat. Was ist es? Es ist... Außerhalb. Die ganze Sache? Die Leute kommen und gehen und sagen, es ist verrückt. Ja, ok. Ich verstehe. Oh, da ist es. Bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Die Scheiße sind zusammen mit dir, man. Beautiful. Mit deinem Creepy Guy in der Nähe. Komm ich hoch zum Creepy Guy? Theoretisch. Ja, da weg für sie hin. Hä? Ich muss das mal aufhören. Ich muss das mal aufhören. Ich muss das mal aufhören. Ich muss das von Miros Edge nur auf langsam. Hm hm. Auch Multicammer hier. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Also ich würde es ja nicht machen, ehrlich gesagt. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Also wenn ich jetzt Blitzen ausweichen wollen würde, ist es hier genau falsch. Wie würdest du genau Blitzen ausweichen? Ja, nicht auf einen Berg rauf gehen und mich dann quasi in den ganzen Stellen. Ich wäre in der Hülle geblieben, glaube ich. Also nicht schnell laufen, wenn du mal so ein Matrix-Moves. Ja, das würde ich auch sehr schön. Schön. Wollen wir es gesehen? Ja. Hm. Das ist für einen Heißen hier. So, dieser Generator ist all die Kraft, die ich hier habe? Ja. Es geht nicht durch viel Gas und, naja, du hast nicht viel in der Weg von Elektronik, also... Ja. Ähm... So, es ist dann nur das Outhouse, dann? In terms of going to the bathroom? Du bist ein Mann, Henry. Du kannst wo, wo du willst. Naja, Nummer 1, zumindest. Und, äh... Full Disclosure. IP wherever I want as well. Das ist beautiful. Wunderschön. Kannst du gehen, oder? Oh, Baseball. Oh, den will ich nicht reinwerfen. Will ich den reinwerfen? Mhm. Warum ist da ein Baseball? Es geht nichts. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Versenkt. Wunderschön. Ganz wichtig war das gerade jetzt. Ganz wichtig war das gerade jetzt. So. Komm ich da hoch? Ja. Da sind wir her. Hippiegang. Hast du Angst? Ein bisschen. Aha. Äh... Was kann ich für dich tun? Well, mein Typewriter ist auf dem Grund. Außerhalb meiner Tauern. Hast du recht? Ja, schau, äh, der Wind? Nein. Wie die Hölle... Du solltest da rein kommen. Wunderschön. Fuck me. Die Hölle... Was? Es ist schau, was es ist schau. Was? Es war... Es war, dass du mein Typewriter aus der Tür. Ich verscheide. Motherfucker! Holy shit! Um... Ich werde die Verstärkung wissen, was passiert. Stöhnen wir auf den Tag weiter Das war der Vanita Schreibtisch Fast Fast Deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since... I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service Weapons Cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Ich würde sagen, das war ein wunderschöner erster Einblick. Ich würde sofort weiterspielen. Ich würde auch wissen, wie es weitergeht, ja. Sehr spannend. Es ist, wenn es zum Zusehen ist. Ich meine, das Rumgehen ist schon interessant, aber es lebt auf dem Dialog. Es ist super gesprochen, muss ich sagen. Ich glaube, mehr werden wir nicht verraten. Wie viele Tage sind's? Weiß ich nicht genau. Haben sie nicht verraten vorher. Aber es sind so eine gute Handvoll an Stunden Spielzeit, glaube ich. Und noch ein paar zusätzliche Geheimnisse gibt's. Wake up. Ja. Fein. Hat mir gut gefallen. Wir bleiben hier im Tower. Wir bleiben hier im Tower und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. So schön hier. Kann man lassen. Super. Tschüss. Tschüss. Ziemlich heiß. Möxchen heiß, ja. Frisch gemacht. Kann's kommen. Nee. So heiß? Hab ich am nächsten hingestellt. Ist das okay? Ist das alles ungefähr? Nee. War mir ein bisschen. Ich bin jetzt beschlagen. Ich warte noch ein bisschen. Hm. Willst du noch was sagen? Du hast es hier ja ganz schön. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich hier mal ehrlich bin. Wir sind nicht. Ich bin nicht beschlagen. Ich warte noch ein bisschen. Hm. Nix? Wie denken wir jetzt hier? Eine Stunde. Sind die Mädels noch da? Die Mädels noch neig. Die Mädels noch da? Die見in kunstig sind ja. Die Mädels noch da?